Hi! Kennst du Knossi? Ja. Und wie findest du den? Ich hab gehört, dass er stinkt. Wie sind seine Streams so? Blockiert. Knossi ist nervig. Knossi ist nervig, ganz genau. Man macht Kopfschmerzen. Ja, der streamt doch nie. Unregelmäßig. Monte ist besser. Du bist scheiße. Du kannst einpacken. Monte ist viel besser als du. Grüße an Monte. Ähm, darf ich mein Mikro vielleicht wieder haben? Nee, das geht jetzt mir. Tschüss!